Heute geht es um das Thema, welche Alternativen gibt es zu Jira? Ja, das schauen wir uns gemeinsam an und wünsche dir viel Spaß dabei. Bis gleich. Herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge vom Passionate Scrum Master Podcast. Und ich bin der Meinung, wir brauchen mehr gute, hervorragende, spitzenmäßige Scrum Master. Und wenn das auch das ist, was du gerne machen möchtest, dann bist du genau bei mir richtig, bei diesem Podcast richtig, in meinem Mentoring richtig, bei der Scrum Master Journey richtig. Das ist meine persönliche Mission. Und ja, ich glaube einfach, dass das nicht nur im IT-Umfeld, nicht nur im Scrum-Umfeld wichtig ist, sondern wir brauchen einfach mehr davon. Genau, und ich sitze mal wieder in meinem wunderschönen Büro, was in letzter Zeit ja nicht mehr so häufig vorkommt. Wir haben Brückentag, in Deutschland zumindest, gestern Feiertag. Christi Himmelfahrt, für viele der Vatertag, aber naja, hat für mich nicht so die Priorität. Auch wenn ich zwei Kids habe zu Hause. Und haben mir gedacht, heute könnten wir mal ein Thema nehmen, was wahrscheinlich den einen oder anderen umtreibt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor ein paar Wochen gab es ja eine riesengroße Outage bei Jira, als plötzlich zig Firmen und Teams nicht mehr auf ihre Konten zugreifen konnten. Und somit zum Teil arbeitsunfähig waren. Kein Backlog mehr, kein Sprint-Backlog, kein Podak-Backlog. Kannst nicht zugreifen, kannst nicht rein. Und das zum Teil eben nicht nur einen Tag, sondern zum Teil sogar zwei, drei Wochen. Und das ist natürlich nicht so toll. Sind zwar nicht alle Kunden von Betroffenen gewesen, aber es waren schon ein ganzer Blumenstrauß. Und das ist unter anderem ein Grund, warum man vielleicht darüber nachdenken könnte, sollen wir vielleicht ein anderes Tool einsetzen? Oder wie sieht es da tatsächlich aus? Was schön war, muss man sagen, bei Atlassian, dass die sehr transparent damit umgegangen sind. Es gab auch einen recht umfangreichen Blogartikel, wo beschrieben worden ist, was das Problem war, wie es entstanden ist, was sie dagegen getan haben, wie sie zukünftig vermeiden wollen, was es wieder passiert. Das zeigt so ein bisschen, dass die auch eine sehr transparente, sehr schöne Firmenkultur haben. Und ich bin immer noch ein großer Fan von Jira, muss ich sagen, aber es gibt halt so ein paar Dinge, vor allem dieser Cloud-Ansatz, der jetzt nicht unbedingt jedem gefällt. Und seit sie die normalen Server-Lizenzen ja abgeschafft haben, gibt es noch die Möglichkeit, so Data-Center-Lizenzen zu kaufen, da kann man es auch noch intern hosten. Allerdings ist diese Version immer einige Monate, wenn nicht sogar Jahre mittlerweile hinterher, wie das, was man in der Cloud vorfindet. Und jetzt wird sich nicht jeder unbedingt so happy dabei fühlen, seine Anforderungen in der Cloud zu speichern, bis hin zu Firmen, wo das überhaupt gar nicht erlaubt ist. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, was könnte man denn alternativ als Tool einsetzen? Und tatsächlich gibt es ja da draußen den ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und ich bin gerade aktuell auch so ein bisschen in der gleichen Situation, habe einen neuen Kunden seit ein paar Wochen und dort ist auch die Frage, welches Tool wollen wir denn gemeinsam einsetzen, welche Möglichkeiten gibt es? Unter anderem nutzt ein Team aktuell die Funktionalität aus GitHub. Also auch in GitHub ist es möglich, Boards anzulegen als Team. Alles schön verlinkt dann auch mit den ganzen GitHub-Commits und so weiter und so fort und Pull-Requests. Und ist eine schöne Sache, allerdings arbeitet z.B. in dieser Firma nicht jeder mit GitHub. Das heißt, das Tool ist vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet. Wenn du allerdings jetzt z.B. ein Team bist, ihr seid Entwickler und ihr arbeitet ausschließlich mit GitHub, ist es sicherlich die Möglichkeit, auf GitHub zu setzen. Was mir bei GitHub aktuell so ein bisschen fehlt, ist diese Product-Backlog-Funktion. Du hast halt ein Board, da ist irgendwie alles drauf. So richtig wegfiltern geht noch nicht so ohne weiteres. Und das ist, was mir gerade bei GitHub so ein bisschen fehlt, dass ich eben auch als Product Owner über mehrere Sprints hinaus ein bisschen planen kann, ein Backlog aufbauen kann. Wobei man mal als Product Owner mal aufpassen muss, dass das Ding nicht zu groß wird. Das ist ja auch oft so eine Gefahr, die man häufig sieht. Und habe deswegen mich ein bisschen umgeschaut. Welche Alternativen gibt es denn noch außer Jira? Tatsächlich ist es so, dass relativ viele Tools da draußen trotz allem reine Cloud-Lösungen sind. Man findet immer noch relativ wenige, die tatsächlich auch auf dem Server intern eingesetzt werden können. Allerdings gibt es vielleicht dann auch wieder irgendwelche Cloud-Tools, wo man sagen kann, gut, das ist DSGVO-konform. Die werden in Deutschland gehostet, das soll es auch geben. Deswegen ist Cloud nicht immer gleich böse, aber man sollte sich auf jeden Fall angucken, was man alternativ einsetzen kann. Wir haben tatsächlich ein paar Sachen diskutiert, bei uns auch in der Scrum Master Journey, weil in der Scrum Master Journey kam im Slack-Channel genau diese Frage auf. Und die war damals eben vom Steffen. Ganz liebe Grüße, eine Steffen hier. Ne, gar nicht, war gar nicht vom Steffen. Es war von Michael, genau. Der Michael Schütter hat damals geschrieben. Genau, dass die aktuellen Server-Variante von Jira arbeiten und die ist ja abgekündigt worden. Welche anderen Dinge kommen, Frage. Am besten nicht Cloud, weil die eben, und da wurde eben gefragt nach Empfehlungen. Und eine Empfehlung, die von mir eben kam, war tatsächlich das Thema Target-Process. Target-Process ist, glaube ich, mittlerweile gekauft worden. Von Uptio heißen die, glaube ich, mittlerweile. Genau, soweit ich weiß, auch tatsächlich eine reine Cloud-Lösung. Aber auch ein tolles Tool, gerade wenn man mit skaliertem Agilität arbeitet, bietet es relativ viel an. Ist relativ nah an dem ganzen Safe-Zeug auch dran. Bin ich jetzt kein so nur Hiesen-Fan von. Wisst ihr ja, weißt du ja, wenn du hier länger schon zuhörst. Aber, ja, es gibt vollen Safe-Support beispielsweise drin. Es gibt wahnsinnig viel Integration. Also Target-Process ist sicherlich ein Tool, das man sich anschauen kann, wenn Cloud kein Thema ist. Und das andere, auch Cloud-Tool ist dann Version 1. Kennt man vielleicht auch noch, der eine oder andere. Ich tippe immer hier nebenher so ein bisschen, dass ich Webseiten hier so ein bisschen aufmache, um nochmal kurz drauf zu gucken. Aber auch Version 1, soweit ich weiß, hauptsächlich, ähm, ich gucke gerade mal rein, ich jetzt den Scheiß erzähle, ähm, hauptsächlich serverbasiert. Also auch nicht die Möglichkeit, dass ich es bei mir lokal hosten kann. Und da geht es halt bei vielen Firmen eben los. Wie, es ist jetzt irgendwie in der Cloud, wollen wir nicht haben, genau. Aber auch das ist sicherlich ein Tool, ist schon einige Jahre her, dass ich es genutzt habe. War beim letzten Arbeitgeber, in den letzten Festanstellungen haben wir aber schon mal eingesetzt. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann. Spannend fand ich tatsächlich, äh, von JetBrains, also wer schon, äh, bei der Softwareentwicklung unterwegs ist, kennt vielleicht die ein oder andere, ähm, IDE von JetBrains, die viele sehr bevorzugen. Also IntelliJ beispielsweise für Java-Entwicklung. Und die bieten ein recht cooles Tool an, das nennt sich U-Track. Und die U-Track, ähm, bietet dir eben alle Möglichkeiten, die man so typischerweise in so einem Projektmanagement-Tool eben haben muss. Ja, auch, Scrum wird leider häufig als Projektmanagement-Methode bezeichnet, auch wenn es nicht unbedingt eine Projektmanagement-Methode ist, sondern eher eine Produktentwicklungsmethode. Aber, oder ich muss immer aufpassen, ein Framework, da gibt es immer die kleinen Dogmatiker da draußen, die mich gleich wieder ans Kreuz nageln wollen, weil ich, äh, nicht Framework gesagt habe. Ja, Scrum ist ein Framework. Ich sag trotzdem mal gerne, äh, manchmal andere Dinge. Ist auch nicht so schlimm. Hauptsache nutzt es richtig. Und, ähm, auf jeden Fall gibt es hier beim U-Track natürlich auch die Möglichkeit, agile Boards zu haben. Ja, wo du auch über einen Backlog quasi auch mehrere Sprints anlegen kannst und so weiter und so fort. Finde ich cool. Und was eben bei U-Track cool ist, du kannst es tatsächlich lokal hosten. Also, ich hab mal geguckt, hier gibt es eine Server-Version, ähm, sogar relativ günstig für bis zu 10 User, kostet es nix. Wahnsinn. Äh, 15 User, 600 Dollar im Jahr, was ich auch extrem günstig finde. Also, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, also ich sehe momentan, immer nur, dass es irgendwie, ich meine, das ist alles immer pro Jahr, genau. Das stimmt auch nicht. 25 User, 1100 Euro. Also, das ist echt gut bezahlbar, finde ich, und sieht auf den ersten Blick gut aus. Ich kann selber nicht viel zu sagen, ist aber hier empfohlen worden, auch im Slack, als Möglichkeit. Das andere Tool, was ganz nett aussieht aus meiner Sicht, ist MetaMost. MetaMost, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Slack-Alternative. Und die haben MetaMost mittlerweile komplett aufgebohrt. Also, du findest mittlerweile in MetaMost auch tatsächlich, auch da wieder Projektmanagement-Möglichkeiten. So heißt es halt bei den ganzen Tools überhaupt. Die Leute suchen halt danach. Und hast eben hier die Möglichkeit, eben auch tatsächlich Boards anzulegen und damit zu arbeiten. Also, auch das funktioniert hervorragend. Hast halt den Vorteil, dass du zum Beispiel auch die Channels hast, wie bei Slack beispielsweise. Du kannst Workflows hintendran anlegen. Du kannst auch so GitHub und Co. Verbindungen aufbauen. Also, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und es ist Bout of Open Source, was auch immer nicht schlecht ist. Also, wenn da mal vielleicht noch irgendwas wegbrechen sollte, hat man die Möglichkeit, eben nochmal vielleicht sogar das Ding weiterzuentwickeln. Ist ja immer noch eine Möglichkeit. Ich gucke mal gerade hier, Pricing, haben wir hier eine Möglichkeit, servermäßig zu arbeiten? Nein, sieht nicht so aus. Also, hier haben wir tatsächlich auch eine, wie es aussieht, eine reine Cloud-Lösung. Ach, guck mal hier. How are self-hosted plans built? Ah, okay, geht auch. Also, man kann auch Self-hosting machen. Funktioniert. Also, funktioniert MetaMost tatsächlich auch auf dem eigenen Server. Also, wäre das auch noch eine Variante. Also, haben wir schon zwei. U-Track und MetaMost. Immerhin, zwei Alternativen, die recht ausgereift aussehen. Auch wenn, ich behaupte einfach mal, viele Schwierigkeiten haben, wirklich an Jira ranzukommen. Aber, wäre noch eine Variante. Wenn man es natürlich ganz günstig haben möchte, kann man natürlich auch den Planner nutzen aus dem Office 365. Naja, das ist wirklich vielleicht für kleine Scrum-Teams, die nicht allzu viel vor der Hütte für sich herschieben. Also, kann man natürlich machen, den Planner in Office 365 zu nehmen. Aber, für mich persönlich ist es ein bisschen zu schlank, sage ich jetzt mal. Genau. Also, MetaMost kann man auf jeden Fall auch nutzen. Dann natürlich solche Sachen wie Asana. Ich glaube, Asana ist tatsächlich auch ein recht bekanntes Tool. Hat man wahrscheinlich den anderen auch schon gehört. Und, ähm, ist tatsächlich auch bei mir gerade mit auf der Liste der möglichen Tools, die ich vielleicht einsetzen möchte. Und, äh, Asana ist auch recht ausgegreift, ausgegreift, genau, recht ausgegreift. Bietet relativ viele Möglichkeiten an. Auch hier schauen wir mal ganz kurz rein. Haben wir die Möglichkeit, das Ganze lokal zu hosten? Sieht, nein, schau mal, bla 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 bla. Nein. Also, du kannst das nicht bei dir hosten, Asana. So, schade. Tatsächlich habe ich das Gefühl, bei den richtig guten, sehr ausgreifenden Tools ist es immer schwierig, denn selbst Hosting zu machen. Aber, äh, Asana ist auch ein total cooles Ding. Ist von der UI auch richtig schön aufgebaut, finde ich persönlich. Ähm, bietet auch eben die ganzen Boards und so weiter an. Wäre auch nochmal eine Alternative tatsächlich zu Jira. Aber auch hier kann man nicht bei sich selbst hosten. Also bleiben aktuell nur Mattermost und Utrek für Self-Hosting. Aber immerhin. Das gleiche gilt, glaube ich, von monday.com. Ich glaube, ihr habt ja die Werbung auch schon mal gesehen. Monday ist ja ziemlich fett, was Werbung angeht, so als alternatives Tool. Ah ja, jetzt kommt schon hier mein Abspann. Da bin ich mal ein bisschen früh für Abspann. Ich bin noch nicht durch. So, bei mir lief gerade noch parallel der Abspann. Das wollt ihr noch gar nicht hören hier. Da will mir erzählen, ich bin fett. Heute geht es mal ein bisschen länger, lieber Abspann. Ich bin noch nicht so weit. So, Monday. Äh, gucken wir mal, Preisgestaltung zuerst, bevor ich hier einfach weitermache. So, sieht auch nicht so aus, als ob man das lokal hosten könnte. Wird nicht mal die Frage beantwortet hier. Ne, sieht nicht so aus. Also, aber monday.com ist eigentlich auch von der Funktionalität ganz nett. Ähm, ja, bietet halt alles Mögliche an. Also, es ist schon wieder so ein eierlegendes Wollmichsau. Muss noch ein bisschen aufpassen. Manchmal. Ziel war eigentlich von monday.com wirklich mehr, eine große Aufgabenverwaltung zu machen für mehrere Teams. Deswegen finde ich jetzt für, ja, agite Teams vielleicht nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Aber, ähm, ich finde es schon auch nicht schlecht. Also, man kann da vielleicht dann, der Vorteil vielleicht von monday.com ist halt wirklich, dass du sagen kannst, okay, wir können es im Unternehmen vollständig so einsetzen, dass unsere Marketingleute das für sich nutzen, dass unsere Vertriebler das für sich nutzen und dann gibt es eben unsere IT, nutzen das entsprechend auch, dass du einfach die verschiedenen, ähm, verschiedenen Bereiche einfach das tatsächlich nutzen können. Also, du hast hier auch ein Roadmap Planning drin, du hast eine Sprintplanung drin, du hast deinen Backlog, du kannst sogar Retros mitmachen. Also, von dem her sieht es gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Muss ich sagen, ich gucke mir hier nicht mal Bildchen an, was man hier so machen kann. Tatsächlich kann man auch tatsächlich mit GitHub-Integration reinballern. Von dem her wäre es vielleicht auch nicht schlecht, aber wie gesagt, auch hier leider kein Hosting lokal möglich in der IT. Also, wenn das tatsächlich ein Thema sein sollte, geht das nicht. Gucken wir uns mal Cambenize an. Ich werde das alles in die Show Notes packen. Also, wenn du nachher sagst, boah, der Mark haut mir hier Tools um die Ohren, ich werde auch hinten dran mal kurz nachher schreiben, ob das tatsächlich lokal hostbar ist oder nicht. Und Cambenize ist jetzt das nächste, was hier in der Slack-Gruppe empfohlen worden ist. Und wie der Name schon sagt, Cambenize kommt natürlich aus dem Bereich Kanban ursprünglich. Hat man damals genutzt, um einfach elektronisch seine Kanban-Boards zu pflegen. Und deswegen ist es hier auf jeden Fall auch dick mit eingebaut, dass man hier tatsächlich auch das ganze Ding pflegen kann. Wir gucken mal ins Pricing rein und schauen mal, ob wir hier die Möglichkeit bekommen, das Ding lokal zu hosten. Ich schau mal, lalalalalala Timer. Also, die haben tatsächlich sehr stark auf, ich würde fast sagen, sehr stark auf Kanban fokussiert immer noch. Deswegen, vielleicht für Scrum ist es nicht so unbedingt möglich. Ach, guck mal hier, Dedicated Cloud Instance. Okay, aber zumindest kannst du eine eigene Cloud Instance haben, aber eben auch hier, wie es aussieht, nicht die Möglichkeit, das bei dir selber intern zu hosten. Aber man kann entscheiden, ob man EU-Hosting macht oder US-Hosting. Das ist ja auch schon gut. Also, wenn ich sage, okay, wir möchten gerne alles im EU-Datacenter haben, wäre das ja schon mal eine Variante, wo man sagen kann, okay, alles klar. Dann ist das zumindest mal ein guter Grund, da in die Richtung zu gehen. Also, Kanbanise von dem her wäre noch möglich. So, was haben wir noch alles Schönes hier? Ich gucke mal, ob noch irgendwelche wunderbaren Dinge sind, die noch reingekommen sind. Mantis wurde noch empfohlen. Ach, genau, ich habe noch hier ein schönes Tool, was tatsächlich aus Deutschland kommt und DSGVO-konform ist. Und es nennt sich A-Work, das ganze Ding. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das hosten kann bei sich tatsächlich intern. Aber, in dem Fall, dass es zumindest ganz sicher in Deutschland gehostet ist, deutsche Datenschutzvereinbarungen, die hier mit drin sind. Was schon mal eine coole Möglichkeit ist, tatsächlich hier mit dem Tool zu arbeiten, weil den finde ich gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, ob es hier noch irgendwie möglich gibt, sogar selber zu hosten. Sieht aber nicht so aus. Aber A-Work ist auf jeden Fall auch nochmal ein Blick wert, weil man hier eben auch die ganzen Möglichkeiten hat. Ich gucke mal ganz kurz, das Orga-Tool, über das Teams sich freuen, steht hier. Ich gucke mal gerade mal hier rein, ob wir hier irgendwie noch was sehen. Hier, flexibel haben wir Listen, Boards oder Timeline. Aufgaben organisieren. Ich will nur mal gucken, ob man überhaupt die ganzen agilen Elemente so finden, die wir eigentlich brauchen. So, hier mit Sprints und solchen Sachen. Und ich fürchte fast, dass das da nicht wirklich mit drin ist. Es ist wirklich mehr so Zeiterfassung, Orga, Zeiten abbrechen. Klar, für Firmen, die irgendwie Service machen, vielleicht mal ganz spannend. Aber ansonsten, wir gucken einfach mal, es gibt eine coole App sofort. Also, ich fürchte, A-Work ist so für Sprintsplanen nicht so geil. Also, es ist eher so gedacht, vielleicht kann man mäßig. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, kann funktionieren. Ansonsten vielleicht eher noch nicht so wunderbar ausgereift. Gut, also, von dem her, ich bin immer noch großer Jira-Fan. Warum? Weil Jira einfach am allermeisten kann. Was oft auch zum Problem werden kann. Also, es gibt halt diverse Firmen, die das Jira dann so weit einschränken, dass dann nur, was weiß ich, eine zentrale IT oft in Indien oder sowas dann irgendwelche Änderungen vornehmen dürfen. Alles wird extrem eingeschränkt, du kannst fast nichts machen. Dann macht Jira nicht so viel Spaß. Wenn du Jira allerdings die Möglichkeit hast, alles einigermaßen frei und selbst einzustellen, dann ist Jira ein ziemlich geiles Tool. Und auch die Cloud-Lösung ist super. Wie gesagt, man muss sich damit anfreunden können, dass es halt Australien ist. Ich weiß gar nicht, ob Atlassian mittlerweile auch anbietet, das ganze Ding in Europa zu hosten. Wäre mal eine spannende Frage. Wir gucken doch mal einfach mal dem auch mal ganz kurz nach. Atlassian. Jira. Was habt ihr hier Schönes zu sagen? Genau. Ist natürlich bei Jira auch nicht so ganz günstig, muss man sagen. Die coolen Sachen manchmal, die in Jira so gibt, sind dann oft Add-ons, die man wieder extra zahlen muss. Muss man auch immer wissen. Ist aber bei anderen Tools oft auch nicht anders. Von dem her ist es da nochmal die Möglichkeit, sich das auch nochmal anzuschauen. Aber trotz allem, wie gesagt, es ist halt einfach nicht DSGVO-konform. Es ist keine deutsche Cloud. Deswegen kann ich gut verstehen, wenn jemand sagt, will ich nicht haben. Und dann wären tatsächlich hier, wenn man selber hosten möchte, die beiden Alternativen. Wir haben es gerade gehört. MetaMost als eine Variante. Und die andere Variante wäre das Tool von JetBrains. Und das man tatsächlich intern machen kann. Also hier U-Track. Das wären tatsächlich jetzt, wenn ich mir... Ich habe mir jetzt gerade selber geholfen, ja, dieser Podcast. Ich mache ja gerne Dinge on the fly. Ich bin immer top vorbereitet. Und dann, ja, die Scrum Master Journey ist einfach geil, weil ich hier im Slack-Channel reingehen kann und mir angucken kann, was kamen für Fragen. Was waren für geile Antworten da? Also man sieht, wenn man solche Dinge einfach auch als Frage hat, packt man es hier in das Scrum Master Journey in der Community einen Channel. Man kriegt fantastische Antworten, viel Auswahl, sodass sogar ich daraus einen Podcast machen kann. Ha! Wahnsinn! Von dem her, das wäre es von meiner Seite soweit. Alternativen zu Jira. Schaut es euch an. Guckt euch das an, was ihr da interessant findet. Bleibt bei Jira, wenn das Jira gut gefällt. Wie gesagt, ich kann es gut verstehen. Vielleicht ist es aber auch für einen anderen einfach auch zu mächtig, zu groß, zu unkomfortabel, weil man zu viele Dinge einstellen kann. Aber wenn man sich auf die Basics einlässt, dann kommt man jetzt ziemlich gut mit klar, finde ich persönlich. Also gut. Ansonsten steht ja demnächst Pfingsten vor der Tür. Wird natürlich nächste Woche vor Pfingsten nochmal eine Folge geben. Mal gucken, wann ich es schaffe aufzunehmen. Ich bin ja heute schon wieder einen Tag später dran. Freitag, aber ich glaube, es wird Freitag werden zukünftig. Deswegen kann man sich schon dran gewöhnen. Der Markt wird Freitags Podcast-Folgen machen. In dem Fall rechts hatte ich fürs Wochenende, weil wir haben jetzt hier schon 20 vor 6. Bis es online ist, ist es wahrscheinlich kurz vor 18 Uhr an diesem wunderschönen Freitag, an diesem wunderschönen Puttentag. Aber wenn dir noch langweilig ist heute, dann hast du ja die Möglichkeit gehabt, den Podcast wieder rein zu zwitschern heute. Ansonsten nächste Woche auf dem Weg zur Arbeit. Wünsche dir einen fantastischen restlichen Tag. Halt die Ohren steif. Mach dich auf deine persönliche Scrum Master Journey. Und wenn ich dich dabei begleiten soll, dann gib mir einfach einen Funk, eine kurze Nachricht. Schreib mir auf meiner Webseite und wir finden einen Weg, wie das mit uns beiden funktionieren kann. Dann bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marglöffler.eu. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.